Real Talk zum Krieg. Unsere Meinung zur aktuellen Lage. Das wird euch eure Geschichtslehrer nicht erzählen. Aber ich erzähl's euch. So. Die Belgien... Ihr habt es nicht gemacht. Das ist es. Real Talk. Durch eure Hand hat keine Familie ein Stück Brot gekriegt. Und das ist traurig, dass die Mächte auf dieser Welt nicht das Wohlbefinden der Menschheit im Vordergrund haben, sondern das Geld und ihre Macht. Die würden dafür alles tun. Auf jeden Einzelnen von uns scheißen die runter. So. Das ist Fakt. Bin unterwegs mit den Brüdern. Wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahrer am Kuder mit ner Bitch. Der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich denn kommen? Bete zu Gott. Bitte übernimm Kontrolle. Ich seh grad hier. Real Talk zum Krieg. Unsere Meinung zur aktuellen Lage. Sinan G und Manuelsen. Hab im Stream gesehen. 100% selbe Meinung wie M. Punkt. Sollen wir uns das mal geben? Eins in den Chat, wenn wir mal die Meinung zum Krieg von Manuelsen und Sinan G uns reinziehen sollen? Eins in den Chat. Komm, ziehen wir uns doch mal rein, Digga. Ab geht der Peter. Guck mal. Seht ihr diesen Brü hier hinten? Bauer, willst du mal kurz sagen, wo du herkommst? Nein. Willst du nicht sagen? Darf ich sagen? Nein. Guck mal. Dieser Brü kommt aus, äh, kommt aus dem, äh, 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 aus dem syrischen Kurdistan. Okay? Sinan hier kommt aus dem Iran. Okay? Ich komm aus Afrika. Ich, ich seh, seitdem ich auf der Welt bin, seitdem ich auf der Welt bin, okay, seh, ich kriege überall. Ich seh Krieg überall. Jeden Tag sterben Menschen. Jeden Tag. Sterben Menschen jeden Tag. Und es sterben Menschen nicht, weil sie, äh, weil sie was Böses verbrochen haben. Oder es sterben Menschen nicht, weil sie, äh, irgendjemanden angegriffen haben. Es sterben einfach Menschen, weil irgendwelche, irgendwelche Leute denken, sie müssen aus irgendwelchen niederen Gründen irgendwas einfordern oder für sich nutzen. Oder Frieden stiften. Wichtig. Na, tu it in, man. Deswegen werden Städte, Länder und Menschen überfallen, bombardiert, massakriert, äh, in Scharen umgebracht, in ganzen, ganze Nationen werden ausgelöscht. Guck mal, soll ich euch, soll ich euch was von den, soll ich euch was von den Armeniern erzählen? Soll ich euch was von den Kurden erzählen? Soll ich euch was von, von den, äh, von den Libanesen erzählen? Soll ich euch was von den Iranern erzählen? Afrika, Bro. Libyen, von Jemen, von, von ganz Afrika seit jeher. So. So, soll ich euch was erzählen von den, äh, von chinesischen Uiguren? Soll ich euch was erzählen? Algeria, die auch. Von wem? Die Algeria haben auch viel Leid erlitten, von die Franzosen, die auch. Ja, ist doch Afrika. Wenn ihr mal hier guckt. Wenn du noch explizit haben willst. Ja, guck mal, ich, 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 ich will euch, ich will euch was zeigen. Guck mal, seht ihr das? Guck mal, das ist das Afrika, das ist der afrikanische Kontinent, okay? Achtet mal bitte auf die, auf die Grenzen, auf die Grenzen zwischen den Ländern, okay? Guck mal, mit lineal gezogen, mit lineal gezogen. Walla, sei ehrlich. Mit, 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 mit lineal gezogen. Wäre dein Erdkundelehrer nicht stolz jetzt auf dich? Der weiß davon gar nichts. Hier, mit lineal gezogen, mit lineal gezogen. Ich will ein bisschen, ein bisschen Fun reinbringen, die Nummer so. Man, das ist aber voll gerade ernst, der hat doch recht. Da saßen irgendwelche Leute und haben den afrikanischen Kontinent unter sich aufgeteilt. Einfach wie sie gespielt. Hier, guck mal, hier, von, von, also von hier, komm. Ausgebeutet. Und das waren nicht irgendwelche Leute, das waren überwiegend Europäer. Warte, wo ist das hier? Hier, aus Ghana. West-Afrika. Okay, hier. Von da komm ich. Okay? Guck mal, geh hier unten, wo, wo, hier unten. Hier, das ist Südafrika. Okay, das ist Südafrika. Guck mal, das ist am Ende der Welt. Ja, ich bin vor denen, sorry. Ja, am Ende der Welt. Dahinter, dahinter ist, Gott weiß irgendwas. Okay? Und wenn du hier runter gehst, siehst du einen schwarzen, einen schwarzen, einen schwarzen, einen schwarzen Einwohner, der einfach da wohnt. Hörst du einfach so reden, der redet einfach wie ein Holländer. Da, wenn du da hingehst, die Leute, die Landessprache da ist Afrikaans. Okay? Afrikaans, wie man das schon hört. Da reden die Einwohner da einfach irgendwelche Massais, die nur ein Leinentuch tragen und eine Sperre in der Hand haben, reden einfach holländisch. Janne, wo ist Südafrika und wo ist Holland? Janne, ich küss euer Herz. So. Von diesem Teil hier will ich gar nicht reden. Kongo und diese ganzen Länder. Oder belgische Könige. Müsste man mehr drüber reden, feiere ich, Digga. Finde ich gut, dass ihr das anspricht. Man müsste mehr über die Geschichte von Afrika, müsste man mal mehr berichten. Also, es gibt wenige Leute gerade, ja, natürlich, man hat hier auch nicht den krassten Bezug zu Afrika so. Aber wir sind mittlerweile eine große Community auch in Deutschland, Dunkelhäutige. Und da ist auch da, selbst unter den Schwarzen, ist die Aufklärung teilweise echt nicht gut, was Afrika betrifft. Und da sollte man nochmal ein bisschen Arbeit reinstecken, um den Menschen mal nahe zu bringen, was Afrika für ein krasser Kontinent ist und wie der krass ausgebeutet und ausgeraubt wurde. Wie schön das eigentlich auch da ist und wie reich dieser Kontinent ist eigentlich, weißt du? Die sind da hingekommen, die haben die Mutter von diesem Kontinent, die haben die Mutter von diesem Kontinent gebeten. Engländer auch, oder? Engländer auch. Guck mal, die belgische Stadt Antwerpen, okay, die belgische Stadt Antwerpen, aus Belgien kam auch dieser Unmensch, der Abermillionen von Kongolesen abgeschlachtet hat. Die belgische Stadt Antwerpen kommt daher, das wird euch eure Geschichtslehrer nicht erzählen. Aber ich erzähl's euch. So. Die belgische Stadt Antwerpen kommt daher, wo die Schwarzen deportiert wurden dahin und im Hafen von Antwerpen angekommen sind. Haben die geguckt, ist der zu was gebrauchen oder ist der zu nichts gebrauchen? Wenn er zu nichts gebrauchen ist, haben die Leute denen die Hand abgehauen und haben die am Hafen auf einen Fleck geworfen. Unglaublich. Daher kommt auch die Stadt Antwerpen. Handwerfen. Unglaublich. Okay? Ja, ne, so, und wenn du heute nach Antwerpen gehst, ne, siehst du überall Statuen von diesem Unmensch. Okay? Das hat nix jetzt mit, ich will jetzt nix gegen Belgier sagen, per se. Ja, die können ja heute auch nix für die Geschichte. Weißt du, die können ja nix dafür. Aber... Ja, das sind meistens die machthabenden Leute, die die oben in irgendwelchen Regierungen sitzen und dann irgendwie ein Komplex bekommen und sich wie Gott fühlen und sich denken, die können die ganze Welt irgendwie erobern und alle ausbeuten zu deren Gunsten und das wird nicht auf die zurückkommen. Weißt du, wie ich mein? Nein, da ist, es ist, bro, ihr müsst bezahlen für eure Taten. An irgendeinem Tag müsst ihr dafür bezahlen. Bitte, wenn wir jetzt hier von, wenn wir jetzt hier sagen, ja, wir wollen von Krieg reden. Es ist immer traurig, wenn Menschen sterben. Es ist immer sehr traurig, wenn Menschen sterben. Und denk nicht, ich bin jetzt herzlos und fühl das nicht, dass Kinder und Frauen und Schwache und sogar Männer, die einfach keinen Bock auf Krieg haben, jetzt in irgendwelchen Bunkern sitzen und bombardiert werden da. Ich finde das mehr als traurig. Mehr als traurig. Aber ich sag euch ganz ehrlich, das passiert auf der ganzen Welt. Tagtäglich. Tagtäglich. Und nicht seit gestern. Und nicht seit gestern und auch nicht seit einer Woche. Das passiert tagtäglich auf der ganzen Welt. Lass mich, lass Barhaus hier hinten, lass den nicht was erzählen. Lass den nichts von der Geschichte von seinem Volk erzählen. Okay? So. Ich meine, jetzt mal ehrlich. In TikTok geht doch diese Geschichte rum mit diesem Blatt. Kennst du das so? Civilized, uncivilized. Da sind so Farbscales drauf. Okay. Weißt du, was ich meine? Bruder, ich hab eine Berichterstattung aus diesem aktuellen Krieg gesehen, wo die gesagt haben, hier sterben Christen. Hier sterben weiße Menschen mit blauen Augen. Mit blonder Haare und so. Aber nicht... Bruder, also... Also, Bruder, Gott ist oben. Gott ist doch oben. Was ist das für eine Aussage? Unglaublich, Bruder. Das, die, alleine die Aussage diskriminiert schon so krass. Da sterben auch Weiße mit blonden Haaren und blauen Augen. Deswegen... Was ist das für eine Aussage? Was ist... Ich find's gut, Digga, dass Manuelsen sich hinsetzt und da so ein Real Talk über das Thema macht, so. Und vor allen Dingen auch halt über andere Länder und andere Geschichten von Völkern erzählt, dass den Menschen einfach bewusst wird, wie diese Welt funktioniert. Und ich glaube, durch dieses Leid, was wir erfahren müssen, auch schon in den letzten zwei Jahren, aber jetzt auch mit dem Krieg, was Menschen erfahren müssen, ich hoffe und ich glaube daran, dass es einige Menschen zum Nachdenken anregen wird, dass die sich wirklich informieren, was die Hintergründe davon sind und dass man vielleicht irgendwann mal auch an den Ursprung kommt. Weißt du, wie ich meine so? Dass man nicht einfach das glaubt, was die Medien sagen und dann einen Mann basht so und sagt, das ist der Teufel von dieser Welt. Nicht wegen ihm ist die ganze Welt schlecht so, sondern anfängt sich zu informieren, was steckt da dahinter, weißt du? Wir haben verstanden, okay, die Menschen sterben, das ist traurig. Ja, ich hab Mitgefühl, ja. Absolut hab ich Mitgefühl. Und es gibt auch nichts, was meines Erachtens nach diese Sache entschuldigt. Gibt es nicht. Das ist wirklich sehr traurig. Das ist sehr traurig und mein Mitgefühl ist mit den Menschen, die gerade in diesem Krieg fliehen, sterben und bombardiert werden. Das ist traurig. Und es ist egal, ob das Muslime oder Christen sind oder Atheisten sind, es sind Menschen. Es sind Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen, die sterben und das ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch, okay? Aber das zu sagen, ja, es sterben Menschen mit blonden Haaren und blauen Augen und es sind Christen, das so zu sagen, als ob das jetzt wichtiger, als ob das jetzt trauriger ist, dass die sterben, anstatt dass Afrikaner sterben oder dass Araber oder Kurden sterben oder sonst irgendwas stirbt. Das ist falsch. Es ist einfach falsch. Real talk. Ich will dir nicht ins Wort fallen. Also ich stimme Manu natürlich zu 100% zu. Diese Aussagen waren ekelhaft. Und weißt du, was noch gesagt worden ist? Ich bin mir nicht mehr sicher, auf welchem Kanal das lief, aber es wurde irgendwie gesagt, ja, und das sind nicht irgendwie Flüchtlinge aus Syrien oder sonst irgendwas, die sind aus Europa. Nach dem Motto, wenn es aus Syrien... Ja, da wird wieder, da werden einfach zwei Klassen von Menschen... Mann, das ist... Ey, wenn du dich mit der Historie beschäftigst, wie der weiße Mann quasi auch alles andere ausradiert hat und er der Heilige und der König in allen Bereichen ist, dafür wurde auch gesorgt. Viele Geschichtsschreibungen wurden entfernt, gelöscht, nicht gezeigt, nicht beigebracht, weil das einfach auch so ein Narrativ ist, was verbreitet wurde, schon ganz früh. Das hat mit unserer Zeit jetzt hier gar nichts mehr zu tun. Und viele Menschen, die so handeln oder so denken, können nicht mal was richtig dafür, weil die es schon so im Alltag leben einfach. Der weiße Mann ist immer mehr wert als ein Schwarzer so. Das ist bei den meisten Menschen in den Köpfen schon verankert. Von Haus aus. Weißt du, wie ich meine so? Und das aufzubrechen und aufzuarbeiten, ist auch nicht einfach. Weil man da auch aufpassen muss, so. Weil zum Beispiel, ich würde auch jetzt nicht wollen, dass ich irgendwelchen weißen Leuten zu nahe trete mit irgendwelchen Aussagen, so. Aber ich habe schon Sachen, Dinge gesehen. Ich folge einigen Seiten, die für Aufklärung sorgen, was das Thema Afrika und schwarze Menschen angeht, so. Und da habe ich einige Sachen gesehen, die mich echt hart schockiert haben, so. Und ich werde auch irgendwann mir auch nochmal zur Aufgabe nehmen, in dem Bereich noch mehr aufzuklären. Dass wir am Ende des Tages verstehen, dass wir alle gleich sind und dass wir alle gleich bluten und alle gleich viel wert sind. Und, ähm, dass die Dinge, die verbreitet wurden, warum schwarze Menschen nicht so viel wert sind wie weiße Menschen, dass die einfach auch nicht stimmen teilweise. Und da viel auch gelogen wurde und Sachen hingestellt wurden, wie sie gar nicht sind. So. Das ist einfach Fakt und das macht, macht einen auch sehr, sehr traurig. Sehr, sehr traurig. Leute werden oder aus, äh, unten so. Und genauso auch, das habe ich auch im letzten Reaction-Video angesprochen, was Sinan eben gesagt hat mit Syriern. Es sind keine syrischen Flüchtlinge, sondern es sind Europäer. Was ist das für eine komische Zwei-Klassen-Aufteilung von Menschen, Digga? Ja, so. Mensch ist Mensch, Bro. Ist das wohl okay? Ja, nee, die sind eh nichts wert. Da ist ja eh seit 20 Jahren Krieg. Aber jetzt ist es hier. Und vor allen Dingen, warum ist der Krieg da seit 20 Jahren? Und warum ist er jetzt hier? Das sind wichtige Informationen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, wo man sich beschäftigen sollte. Und die sind auch noch Christen, blond, blauäugig. Ja, nee, das ist eine Rassismus, eine Art von Rassismus, die ist unglaublich, weil es ja auch noch so krass einfach bei denen in den Medien gesagt wird. Guck mal, du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber ich finde es sogar noch zu plump, zu sagen, das ist Rassismus. Weil Rassismus ist heutzutage immer alles schnell. Rassismus, 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 Rassismus. Guck mal, es ist, guck mal, nennt es Rassismus. Ich gehe noch einen Schritt weiter und dieser Schritt ist sehr, sehr einfach. Es ist schlicht und ergreifend einfach dumm. Ja, ja, klar. Es ist dumm, es ist eine dumme Aussage, es ist eine dumme Aussage und ich weiß nicht, ich weiß nicht, wer diese Leute geäfft hat, ne, dass die ins Fernsehen gehen und sowas sagen. Wer skriptet sowas? Wer schreibt sowas vor? Wer strahlt das vor? Ich sage dir, diese Leute, die diese Sätze sagen und aussprechen, die denken nicht mal darüber, also die denken, dass sie nicht mal was Schlimmes sagen, Bro. Und das ist wahrer Rassismus. Der ist schon Teil von diesen Menschen geworden. Dass die sich nicht mal vorstellen können, dass das irgendwie bei den Menschen aufstößt. Ich sage dir, teilweise Leute hauen so eine Aussage raus und denken, die sagen da was Gutes. So, die sagen damit was, was alle hören müssen, damit die Leute verstehen, ey, das sind weiße Blonde, weißt du, wie ich meine, so, come on, Digga, ob aus. Wer strahlt sowas aus und sagt, okay, das ist ein gutes Ding, wer sagt sowas? Wer sagt sowas? Also man muss aber auch dazu, also wenn man das so sagt, ich denke mal, dass die viele auch nicht wissen, dass auch in dem Bereich ja auch wirklich 50, 60 Prozent, soweit ich das gelesen habe oder gesehen habe, ich könnte mich auch irren, aber auch viele faschistische Parteien die Oberhand haben, die dann auch wirklich, dass auch dieses Gedankengut, die auch seit Jahren mit sich tragen, weißt du, ich meine, das heißt, ich will das nicht entschuldigen, aber die lernen das von klein auf, dann ist es normal, dass man solche Aussagen, weil das ist ja keine, diese Aussage ist ja nicht irgendwie ausgedacht, das ist ja in dem, nein, drinne. Das ist sein Mindset. Was ich meine, er glaubt. Ja, Sinan sagt das Gleiche, was ich eigentlich gesagt habe. Wirklich, dass andere Menschen vielleicht nicht mehr Wert haben als die selber. Und das ist ein Gedankengut, der ja auch wirklich nicht von gestern auf heute kommt, sondern im Laufe der Jahre sich so krass entwickelt hat, weißt du, wie ich das meine? Und das ist schon sehr, sehr schlimm, sehr schlimm. Es ist, es ist eine Katastrophe, es ist eine Katastrophe und man hat, ich habe ganz ehrlich, ich habe ganz ehrlich gar keinen Bock mehr, man hat auch gar keinen Spaß mehr. Leute sagen, in unseren Zeiten heutzutage herrscht so viel Empathieverlust. Empathieverlust herrscht, weil die Leute es einfach satt sind, sie wollen sich nicht mehr verarschen lassen, weil das ist eine pure Verarschung. Es ist eine pure Verarschung und die Leute wollen einfach nicht mehr partizipieren an Solidarität, die wollen nicht mehr partizipieren an Helfen, die wollen nicht mehr, guck mal, massiv zum Beispiel, guck mal massiv, hier haben wir jetzt massiv, hier haben wir den Bre. Vor allen Dingen, weil so Begriffe wie Solidarität und so eine Geschichte noch missbraucht wurden von Leuten, die so eine Fake-Solidarität gefordert haben, so, weißt du, wie ich meine, wo einige Menschen sich gedacht haben, Bro, das hat nichts mit Solidarität zu tun. Warum, ihr benutzt es einfach nur, um Menschen zu gewissen Sachen zu bewegen, weißt du, wie ich meine, weil Solidarität heißt für die meisten Leute, die das zum Beispiel in der Corona-Zeit so krass nach vorne getragen haben, für die meisten Menschen heißt es nicht Solidarität in allen Lebensbereichen, sondern nur auf das eine Thema bezogen. Und bei allen anderen Sachen bin ich noch genau der ego-getriebene Politiker, der ich schon immer war so. Aber ich benutze dieses Wort Solidarität jetzt umso öfter, umso oft wie ich kann, damit ich die Menschen dazu bewege, dem zu folgen, was ich denen sage, so, weißt du, was ich meine? Aber ich finde es halt wichtig, dass Leute sich hinsetzen und klare Worte finden zu den aktuellen Themen, so wie in Manuelsen gerade, ich feier das. Massiv. Und auch Sinan G, ich küsse dein Herz. Okay, ich will euch kurz sagen, was hier passiert ist. Massiv hat Musik gemacht, hat sich durch diese Rap... Einer schreibt, Leon, du brauchst Adblocker. Ja, nee, dann supporte ich die ja nicht mehr. Wenn ich die Werbung, wenn die Werbung kommt, dann verdienen diejenigen Leute, wo ich die Videos von angucke, auch Geld, Bro. Soll so sein. Landschaft geboxt, gemacht, getan, hat Filme gedreht, das gemacht, Tabak gemacht, dies gemacht, hat sich ein kleines Vermögen aufgebaut für sich und seine Familie. Sag dein. Sag dein, ich schwöre. Wenn man es einem gönnt, dann gönnt man es massiv, weil er wirklich ein guter Junge ist. Wirklich. Okay? Der hat von seinem Geld, okay? Er hat von seinem Geld, von seinem Geld, was er verdient hat, was sein Geld ist. Es ist sein... Hart erarbeitetes Geld. Es ist sein hart erarbeitetes, verficktes Geld. Es ist sein Geld. Er hat von seinem Geld, hat er Büsse gechartert, Medikamente gekauft oder vielleicht hat er ein paar Sponsoren gehabt, weiß ich jetzt nicht genau, ich bin nicht sein Scheiß-Dings-Finanzberater. Aber auf jeden Fall hat er es in die Wege geleitet, dass Büsse mit Hilfsmittel, Klamotten und Medikamente vollgeladen an die ukrainische Grenze gefahren sind. Über Polen. Über Polen und er hat es da abgelassen und hat das den ukrainischen Transportunternehmen da übergeben, die in dieses Kriegsgebiet fahren können und den Menschen das, die es benötigen, persönlich zu geben. Und er war da am Kartons auspacken und er war da am machen, er hat sich da umgeguckt, Berichterstattung, er hat mit Leuten geredet, was sind die alles. Plus, plus, er hat die Büsse, mit denen er gekommen ist, die vollbeladen waren, auf der Rückfahrt, so wie ich das verstanden habe, hat er mit Flüchtlingen vollgemacht und hat sie, glaube ich, nach Berlin gebracht oder so. Starke Aktion. Also das war, glaube ich, der Plan, okay? So, jetzt muss man hier überlegen, jetzt muss man hier überlegen, gibt es an dieser Sache, gibt es an dieser Sache irgendwas Negatives zu sagen? 100% nein. Gibt es an dieser Sache irgendwas zu sagen? Also seine Intention war ja, Menschen helfen, egal woran sie glauben, egal welche Gesinnung die haben. Ihnen ging es jetzt nicht darum, ich bin für die Seite, ich bin für die Seite, ich sehe nur, in dem Bereich sind Menschen, die Hilfe brauchen, ich fahre dahin. Ja. Wenn wir das so sehen. Wenn wir das so sehen. Guck mal, ich sag jetzt was. Ja. Was denn? Wie soll seine Intention gewesen sein, ne, Klickzahlen. Ich mach das nur für Klicks. Damit die Leute sehen, ich bin ein Kavadai. Egal, selbst dann hast du Menschen geholfen, weißt du, wie ich meine? Damit die Leute sehen. Das macht er mit sich dann aus, im Nachhinein oder mit Gott. Ich ihm nicht unterstelle und was ich auch nicht von ihm denke. Aber sagen wir, sagen wir mal, Messe la Jane, Messe la Jane, er hat es wegen Klicks gemacht. Er hat es gemacht, um zu zeigen, oh, massives Ehrenmann, dies, das. Ja. Gut. Und dennoch, selbst wenn das, und das ist die niedrigste Intention, die man haben kann. Okay? Dass man das nicht für die Menschen macht, sondern so für sich selber, dass man ein Löwe ist. So. Obwohl man sagen muss, wenn man hilft, also man macht es immer zu einem gewissen Teil auch für sich selber, auch vielleicht um sich gut zu fühlen. Was Gutes zu tun, tut einem Menschen auch gut. Weißt du, ich meine, ist ja nichts Negatives, auch keine negative Intention. Weil man macht es aus einem gewissen Teil immer ein bisschen für sich selber. Aber was er meint, ist halt so dieses, ich mache das jetzt nur wegen PR, weil ich der krasseste sein will und so. Aber wie ich gesagt habe, selbst dann ist es immer noch eine gute Tat. Nur, ja, wiegt sie halt vor Gott nicht mehr so viel, wie wenn du es für dich machst. Für die Menschen machst, meine ich, sorry. Selbst wenn er es deswegen gemacht hat. Hat er es gemacht. Haben die Menschen aber dennoch die Hilfsgüter erhalten? Genau. Okay. 100 Prozent. Ja, mir, er hat es gemacht, um sich zu feiern, aber dennoch hat er es gemacht, er hätte es auch nicht machen müssen. So ist das. Und diese Menschen, die sagen, oh, der macht das nur wegen Klicks, ja, ihr habt es nicht gemacht. Ja. Ihr habt es nicht gemacht. Das ist es. Real Talk. Durch eure Hand hat keine Familie ein Stück Brot gekriegt. Das ist es. Dass überhaupt jemand versucht, jemandem das noch schlecht zu reden, wenn er seine Zeit auch nimmt, sein Geld nimmt, seine Freunde nimmt. Und was Gutes tut so. Dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, ihm das vorzuwerfen, das ist schon durch. Da sieht man schon wieder, in welche Richtung diese Internetwelt mit diesem ganzen Kommentarschreiben Scheiß und so hingeht. Auch wie damals Kollegah nach Palästina geflogen ist, da Menschen geholfen hat, Schule ausgestattet hat mit gewissem Equipment etc. und so, da Dörfer besucht hat, Menschen auch ein Wort gegeben hat, äh, eine Stimme gegeben hat irgendwo. Da sind dann auch wieder Leute, die versuchen, ihm das irgendwie schlecht zu reden. Irgendwie zu sagen, ja, Bro, das war aber nicht cool, weil so und so. Weil so und so. Aber. Aber. Ja, aber. Ja, ja, aber. Und ich sage dir, mit so einer Mentalität macht ihr einfach, macht ihr auch so, ihr tut nichts Gutes damit. Auch wenn es für euch nur ein Kommentar teilweise ist und ihr schreibt es nur drunter, weil es eure Eier euch gerade sagen und ihr euch dann da rein drauf wichst, dass ihr anderen Leuten ein schlechtes Gefühl gegeben habt, so. Macht das nicht. Damit, damit, da könnt ihr dafür sorgen, dass jemand vielleicht nichts mehr Gutes tut. Und dann seid ihr aus dem scheiß Kinderzimmer, der einen Kommentar geschrieben hat auf Instagram dafür verantwortlich, dass ein Mensch, der wirklich was bewegen will, es nicht mehr vielleicht tut oder das nächste Mal sich denkt, okay, ich mach's nicht mehr, weil ich krieg eh nur ein negatives Feedback darauf und so. Sollte man sich nicht von unterkriegen lassen, aber ihr wollt nicht dazu beitragen, dass weniger Menschen geholfen wird, Bruder. Das ist einfach dumm. So. Und das ist auch die Welt von heutzutage, weil viele machen sich, äh, vieles im Internet hat sich das so breit gemacht. Ich will einfach nur sagen, guck mal, egal was du machst heutzutage in dieser Zeit, ne, selbst im Krieg, selbst wenn du Menschen hilfst, ne. So. Die meckern immer. Du machst es falsch. Du machst es falsch. Warum? Weil, 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 weil die Sache an sich schon falsch ist. Weil es schon dumm ist an sich. Dieser Krieg an sich ist dumm. Jeder Krieg ist dumm. Das ist dumm. Ja. Manche Leute sagen, ja, die wollen nicht, dass die Ukraine in die NATO kommt, weil dann die Amis zu nah an Russland sind oder er will nicht, dass das oder die. Die Amis wollen das, dies, das, dies, das. Ich hab davon diesen ganzen Scheiß keine Ahnung. Das ist nur das, was die Medien mir in meinem Gehirn spülen wollen. Aber ich mach da nicht mit. Ich mach da nicht mit. Informier dich, Bro. Weißt du, wie ich mein? Guck dir die Hintergründe an. Guck dir die, guck dir den Pakt an. Guck dir an, was ausgemacht wurde. Guck dir an, seit wie vielen Jahren das schon im Raum steht. Und wie viele Jahre lang die NATO drauf geschissen hat, was die auch für einen Pakt hatten mit Russland. So, Sowjetunion damals. Weißt du, wie ich meine so? Das ist schon wichtig. Weißt du? Also, ich würde schon sagen, informiert euch da. Hängt euch da rein. Guckt euch das an. Informiert euch, wie die Geschichte gelaufen ist. Wo das herkommt. Wie viele Kriege schon angezettelt wurden. Auch von der anderen Seite. Von der Seite, die jetzt als Heiliger dargestellt wird. Wie viele Kriege haben die angezettelt? Unter dem angeblichen Deckmantel von Frieden. Länder angegriffen. Bomben geschmissen auf Kinder. So. Es waren aber auch da wieder nur Terroristen. Moslems. Ist ja nicht so schlimm. Weißt du, wie ich meine so? Ist ja nicht so schlimm. Das Feindbild wurde vorher geschaffen. Und dann wurde im Nahen Osten, wurden einige Länder zerbombt. Unter dem Deckmantel von Frieden. Was einfach nicht korrekt ist. Ist einfach nicht gut. Jeder Krieg, wie Manuel es noch gesagt hat, ist Schrott. Jeder Krieg ist Schwachsinn. Und wenn du die Gründe dahinter verstehst. Dass es einfach nur um Geopolitik geht. Dass es um Territorien geht. Dass es darum geht, die Weltmacht zu erlangen. Darum geht, so viele Länder wie möglich zu beherrschen. Dann merkst du einfach, was das für... Das sind richtig niedere Gründe so. Da steckt kein... Da steckt nicht das Wohlbefinden der Menschheit dahinter. Und das ist traurig. Dass die Mächte auf dieser Welt nicht das Wohlbefinden der Menschheit im Vordergrund haben. Sondern das Geld und ihre Macht. Die würden dafür alles tun. Und die scheißen auf uns. Auf jeden Einzelnen von uns scheißen die runter. So. Das ist Fakt. Es ist falsch. Es ist falsch. Menschen sterben auf der ganzen Welt. Und alle Leute, die jetzt die ukrainische Fahne in ihre Insta-Story posten. Es ist ein Zeichen der Solidarität. Und das ist gut. Aber bitte postet demnächst auch bitte die Fahne von Palästina mit dahin. Postet bitte die Fahne von Kurdistan mit dahin. Postet bitte die Fahne von Jemen dahin. Postet bitte die Fahne von fast jedem Afrikaner. Postet am besten einfach nur eine Taube. Das Friedenssymbol. Das ist ein Land, was es gibt dahin. Postet bitte und postet bitte und postet bitte dann, wenn dann alle. Okay? Postet dann bitte, wenn dann alle. Weil Krieg ist egal wo und egal wann falsch. Was ich dazu noch sagen will, ist, was ich extrem schade finde und wo ich auch wieder so richtig Bauchschmerzen bekomme, ist, wenn ich höre, dass es russische Mitbürger gibt, die einfach angegangen werden, weil sie Russen sind oder anders behandelt werden. Weil der Russe jetzt der Feind auf einmal ist so. Dann geht es wieder in eine Richtung rein, die mir als dunkelhäutiger Mitbürger in Deutschland, der früher als Kind sehr viel mit Rassismus Begegnungen hatte und sich deswegen auch selber scheiße gefühlt hat und einige Probleme im Kopf dadurch bekommen hat. Identifikation etc. Wenn ich sowas höre, dann macht mir das wirkliche Bauchschmerzen und es macht mich krank, es macht mich verrückt, es macht mich traurig so. Was haben die Menschen, die zum Beispiel in Deutschland geboren sind, aber einen russischen Background haben, was haben die damit zu tun, was gerade passiert so? Was haben die damit zu tun, dass da einer in Russland vielleicht gerade durchdreht und einfach einen Krieg anzettelt so? Was haben die damit zu tun? Die haben gar nichts damit zu tun. Wenn ihr euch aufregt, dann regt euch über die Politik auf. Regt euch nicht über die Menschen auf. Und lasst es vor allen Dingen nicht bei diesen Menschen raus. Genauso wie nach dem 11. September viele Muslime in ein schlechtes Licht gerückt wurden, angesprochen wurden, schlechter behandelt wurden, einfach ein schlechteres Leben dadurch hatten, dass so eine Propaganda auf Rücken von einer Religion gemacht wurde. Soll das jetzt nicht mit den Russen genauso passieren? Hört auf mit dieser Scheiße, lasst euch nicht verarschen, lasst euch nicht einreden, dass alle Russen ein Feind sind oder dass der Russe, generell der Russe ein Feind ist so. Das ist Schwachsinn. Da stehe ich, auch wie Manu oder auch unser Bruder Bahus oder auch andere Leute aus unserem Umkreis, einfach gegen den Krieg. Es ist überhaupt nicht in unserem Interesse, dass irgendwie Menschen leiden oder so. Das ist absolut falsch. Und ich denke mal, das geht euch ja auch genauso. Deswegen haltet euch fern von Fitna. Lasst euch auch nicht auf irgendwelche Streitigkeiten in den Kommentaren ein. Ich bin das, ich komme aus dem Land, bla bla bla. Man, nutzt eure Zeit. Das ist ja das, was ich vorhin schon gesagt habe. Nutzt eure Zeit in was Gutem. Und wenn ihr helfen könnt, hilft. Aber wenn ihr was zum Meckern habt und streit, ja ne, passt einfach auf euch auf. Ja ne, was soll ich euch sagen? Lack werdet intelligent. Ritok. Und ich meine nicht mit intelligent, ja, ich kann den Satz des Pythagoras oder Algebra oder sonst irgendeine Scheiße. Ich f*** den Pythagoras, diesen griechischen Hund. Hör auf, sag nicht so, ich mag den. Wieso? Ne, Mann, er ist so, ist eine Beleidigung, ja, Bro. Ja, hör auf, ja. Lack ich nostradamus. Novala, dieser Hund. So. Nix gegen. Die haben beleidigend sowas Lustigem gemacht, die beiden, ja. Griechen jetzt. Das war schon falsch verstanden. Ich liebe Griechenland. Hab ich mich aus Pythagoras. Mama, ich groß hier. Aber, was hat der Pythagoras mir gebracht? Aber halal. Was hat der mir gebracht? Hypotenuse mal A mal C mal D mal. Mach mal eine Wurzel aus neun. Mach mal die Wurzel aus. So, was ist das für eine Maschada? Haben die aus Zahlen Zahn gemacht? Wurzel ziehen. Ja, wallah. Hydi, Fik, Hydi. Nein. So. So, das Ding ist, das Ding ist, guck mal, ihr müsst ganz ehrlich intelligent werden. Ihr müsst anfangen nachzudenken und tiefer nachzudenken. Nicht politisch nachzudenken, sondern menschlich zu denken. Versucht einmal menschlich zu denken. Menschlich. Mit Herz, Bro. Menschlich. Und wenn ihr anfangt, menschlich zu denken, dann seht ihr 90% der Sachen, die auf der Welt passieren, sind einfach schlichtweg einfach nur dumm und falsch. Gutes Video, muss ich sagen. Finde ich gut. Feier, ich fühle, ich habe mich ein bisschen geprägt sogar. Yes, was sagt ihr? War geil, ne? Finde ich gut, ey. Dass so klare Worte gefunden wurden. Nein, mein Handy ist ausgegangen. Ich habe nicht mehr auf dem Handy jetzt leider. Gute Message. Ja, Mann, finde ich auch. Weiter so. Weiter so. Menschlich zu denken ist zwar cool, aber. Wichtig. Dieses Aber ist jetzt wichtig. Aber. Was machst du dann gegen Menschen, die rassistisch denken? Was soll ich dagegen machen, Bro? Hä? Was soll ich denn dagegen jetzt machen, wenn Menschen rassistisch denken? Ich kann doch nur einfach menschlich sein, menschlich denken und versuchen, das so vielen Menschen wie möglich auch mitzugeben. Und zu versuchen, so viele Menschen wie möglich damit zu infizieren. Auch menschlicher zu werden, auch menschlicher zu denken. Und das Menschliche einfach vor allem zu stellen. Und dann hast du schon was getan, Bro. Das ist diese Ja-Aber-Mentalität. Massiv geht rüber und hilft. Aber. Was ist, wenn er nur auf seinen eigenen Fame guckt, Digga? Dann soll er lieber nicht gehen. Also soll er lieber keinem Menschen helfen, bevor. Also bevor er Menschen hilft und das macht, weil er es für sich tut. Soll er lieber gar keinem Menschen helfen. Weil ich sage das so zu Hause, in meinem Kinderzimmer schreibe ich das so in meinen Kommentaren. Das muss auch so umgesetzt werden. Hör auf, Bro. Hört auf, Mann. Macht nicht zu viel Ja-Aber-Filme. Nimmt die Sachen so hin, wie sie sind. So feiert es einfach oder lasst es bleiben.